Aus der Ferne betrachtet sieht Gamunz aus wie immer. Aber das Bild täuscht. So unberührt das Dorf wirkt, so radikal hat es sich verändert. Das Schicksal des kleinen Dorfes wurde immer wieder mal öffentlich diskutiert. Gamunz ist ein Beispiel für so viele Bergbauern-Dörfer, die sich in den letzten Jahrzehnten dramatisch entvölkert haben. 1976 berichtet das Schweizer Fernsehen. Sie haben weniger als 100 Einwohner und sie tun sich schwer mit ihren Pflichten. Die 46 Zwerggemeinden in Graubünden. Sterben diese Gemeinden Friereziens, zum Beispiel Gamunz im Lugniz? Das ist die Gemeinde von Gamunz. Die roten Häuser, die sind bewohnt. Die grünen Häuser, das sind Ferienhäuser. Die weissen Häuser, das sind leere, das ist unsere Kirche und das ist unsere Schule. Im Ganzen haben wir 70 Einwohner. Bewohnte Häuser haben wir 13 und Ferienhäuser haben wir 11. Leere Häuser sind es drei. Gordilia de Rungz, die Schülerin von damals, 50 Jahre später. Hier ging ich zur Schule. Da hat das Fernsehen damals gefilmt. Heute hat Gamunz noch 27 Einwohner. Die meisten Häuser sind in fremden Händen. Auch das Geburtshaus von Gordilia de Rungz. Hier sind Sie aufgewachsen. Ja, hier in diesem Haus bin ich aufgewachsen. Immer noch die Rosen der Mama. Aber unsere Mutter hatte noch rundherum Blumen. Es gab nie zu reden, dass das ein Haus am anderen verkauft wurde? Mal, aber natürlich dann, als ich auch schon weg war. Vorher haben es noch nicht so viele verkauft. Es waren auch froh, dass die einen gekauft haben. Aber nachher mehr, als ich dann auch schon weg bin, als ich v.a. gemerkt habe, es wird alles verkauft, es geht alles langsam weg. Und, äh, ja, dann hat man schon darüber geredet, Gamunz wird langsam ein Todesdorf sein. Rechts im Bild Elia. Mit 13 Jahren der jüngste Einwohner und das einzige Kind in Gamunz. Heute freut er sich über Besuch. Elia ist der einzige Schüler noch hier im Dorf. Ja. Wäre schön, wenn sie noch mehr ... Jetzt z.B. Leotas Naus war, ich hatte lange, lange, lange nichts. Und jetzt wieder drei Kinder. Also, und eben in Urs und so sind wir auch lange nichts gewesen. Und plötzlich waren wir jetzt drei, vier Familien gewesen, mit ganz wieder, jede Familie, zwei bis vier Kindern. Und ja, es kommen so Wellen an. Und ja, aber es hat es bis jetzt immer wieder gehabt. Vielleicht kommt da wieder etwas. Im Nachbardorf der Snaus gibt's Bewegung. Nebst zwei Familien mit Kindern sind auch einige junge Leute ins Dorf gekommen. Joana, Jan und Leander wollen bleiben und etwas bewegen. Jan Hermle wuchs in Malanz auf. Er studiert Geografie und ökologische Landwirtschaft. Ja, das hat schon noch Potenzial. Wir hoffen, dass mehr junge Leute da sind, dass es Treffpunkte gibt und dass daraus wieder neue Initiativen und Projekte entstehen, wie z.B. Konzerte oder mal ein Theater. Diskussionsabend zu einem politischen Thema oder genau so in diese Richtung. Leander Albin ist Schreiner, Lehrer und Musiker. Er ist in Tessnaus aufgewachsen, war ein paar Jahre weg und lebt und arbeitet seit zwei Jahren wieder hier. Ich wollte unbedingt weg. Ich habe irgendwann schon gemerkt, dass es mir zu klein ist. Vielleicht auch etwas zu eng in diesen Strukturen. Ich wollte einfach sehen, was die Welt sonst noch zu bieten hat. Ich wollte reisen, neue Leute sehen. Ich wollte mal auf Land ein paar Monate gehen. Das ist schon die Fähne, die mir zogen. Und auch bist du zugekommen. Ja. Es war vielleicht auch ein bisschen der Gedanke oder das Gefühl, in dieser Stadt. Ich fühle mich eine sehr wohl mit dem Kulturangebot. Was man alles so machen kann, so grossen WGs und solche Sachen. Es gibt mir viel und ich lerne sehr viel. Mit der Zeit habe ich aber auch gemerkt, ich komme irgendwann nicht mehr so weiter. Ich war oft ein bisschen zerrissen zwischen dieser Welt hier, gerade in den letzten Jahren und dieser Welt in der Stadt. Denn für die Menschen hier hatte ich das Gefühl, bin ich zu wenig da eigentlich, in der Jugend. In der Stadt war ich dann auch zu wenig. Ich hatte zu wenig Commitments, dass ich dort ein Projekt mitgemacht habe. Und ich kann vielleicht nicht so viel bewirken, wie wenn ich an so einem Ort etwas bewirke. Ein selbstbestimmtes Leben im Einklang mit der Natur, das ist heute ein starker Trend, v.a. bei jungen Menschen im Unterland. Die Duzernerin Joana Horni arbeitet in Wals als Heilpädagogin. Fühlen Sie sich hart genommen? Ja. Ich glaube schon. Also, ich bin jetzt einfach auch da. Das ist jetzt nicht so, was macht ihr da? Sondern so, was machen jetzt die Jungen da? Aber wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, um in Kontakt zu kommen, oder eben so Sachen, die wir mit dem Dorf machen, wie so Dorfkonzerte letzten Sommer, oder das Suppenessen jetzt diesen Winter, dann ist es so, dann macht man Sachen mit den Leuten und führt die Leute ein Stück weit auch. Und das schätzen sie eigentlich schon. Jetzt gibt es auch ein paar Junge, die zugezogen sind. Ja, ihre WG befindet sich gleich da hinten. Es ist schön, wenn sich neue Leute hier niederlassen. Das haucht im Dorf wieder etwas Leben ein, bevor uns hier noch alles abstirbt. Sie sind höflich. So geht das gut. Und beim Thema Wolf? Das ist eine ganz andere Angelegenheit. Sie sind für den Wolf, ich hingegen nicht, weil ich ja mein Vieh habe. Abgesehen von ein paar Ziegen haben sie keine Tiere. Und die sind auch mehr ein Hobby. Ich habe auch schon mit Joana gesprochen. Aber am besten fängt man damit gar nicht an, sonst diskutiert man ohne Ende. Sie sehen das ganz anders. Das ist das Haus der Grossmutter von Cordilia de Rungs. Es ist 320 Jahre alt und die Renovation ist ihr grosses Projekt. Was ist das hier? Unter diesen Brettern wurde damals isoliert. Schau an. Ei, ei, ei. Der Wein. Stark zusammengepresstes Material wurde damals zur Isolierung verwendet. Auch früher verstanden die Leute ihr Handwerk. Stimmengewirr. Cordilia de Rungs und ihr Mann haben eine gute Million Schweizer Fangen in den Umbau investiert. Zu viele Erinnerungen sind mit diesem Haus verknüpft. Es sollte nicht in fremde Hände kommen. Die Corona-Zeit hat schon gezeigt. Es ist so, dass ganz viele Leute hier raufkommen und etwas in den Bergen suchen. Aber das ist jetzt nicht darum, dass wir das machen, sondern weil das wirklich das Haus ist von der Grossmutter, weil wir unsere Wurzeln hier haben. Das ist der Grund, dass wir wieder zurückkommen. Und da freuen Sie sich drauf? Ja, sehr. Wir als Kinder sind natürlich sehr gerne zu der Grossmutter gekommen. Und v.a. im Winter, dann kamen wir mit dem Schlitten herunterkommen. Und dann waren wir ein bisschen bei der Grossmutter, sind dann ein bisschen von draussen mit den anderen Kindern zu spielen. Und dann haben wir gewartet, bis der Papa von Eilanz mit dem Auto zurückgekommen ist, weil er dort gearbeitet hat. Und dann kam er zu der Grossmutter, noch ein Gläschen Wein zu trinken. Und dann sind wir dann alle zusammen, rauf und raufkommen und zu Hause geht es nachts essen. Was schön war, ist, dass wir v.a. auch eine grosse Freiheit gehabt haben. Wir sind nicht immer behütet worden. Mit der Vera, mit dem Sammy und mit dem Stefan haben wir dann Verstecknis gespielt. Und bis zum Abend spät, es war dunkel und die Fledermäuse sind rumgeflogen. Und die Eltern mussten sagen, jetzt müssen wir nach Hause kommen, sonst gehen die Fledermäuse in die Haare und tun euch das Blut aussaugen. Und das haben wir dann auch nicht mehr geglaubt. Vera Schär-Eppli ist eines der Mädchen, die einst mit Cordillia Verstecken spielte. Bis heute verbringt sie ihre Ferien Jahr für Jahr in Kamunz. Meine Eltern haben das Haus in 1964 gekauft. In jedem Haus hatte es fast alte Leute. Die kann ich mich eigentlich alle noch erinnern. Der Ballon und der Vincent und der Bieder. Und hier unten Maria und der Michel. Die anderen waren verschlossen, aber immer freundlich. Also schon gute Leute, aber zum Teil zurückhaltend. Vielleicht konnten sie auch gar nicht so gut Deutsch. Die alten Männer. Und Maria, das war eine ganz offene. Sie hatte auch ein offenes Haus. Da waren immer Kinder bei ihr. Sie hatte, glaube ich, den ersten Fernseher. Dann sind wir manchmal österreichische Kasperli schauen. Das weiss ich noch. Und sie hatte kein Wasser. Wir hatten ja den Brunnen vor dem Haus. Und dann musste sie zweimal am Tag Wasser holen oder Salat waschen. Da hatte man sowieso immer viel Kontakt. Es hat viele Kinder gehabt. Ich habe da oben fast mehr gespielt mit Kindern als bei mir zu Hause. Weil die alle so nahe waren, da konnte man sich gut treffen. Und die sind alle weg. Also ausser der eine, der Bauer hat und seine Brüder. Aber sonst sind die Jungen gegangen eigentlich. Theofil de Rungs ist einer, der geblieben ist. Der Bauer nähert sich dem Pensionsalter. 40 Jahre lang waren seine Frau und er tagtäglich eingespannt. Keiner der beiden Söhne will den Betrieb übernehmen. Nun suchen sie einen Pächter. Da haben wir keine Nachfolge. Ich meine, wenn wir den Betrieb ausschreiben können, gibt es mehr als noch Interessenten. Dann sehen wir das. Was sind die grössten Hindernisse, um auf Kamun zu bauen? Das grösste ... In unserem Fall ist es zu wohnen, keine Wohnung mehr. Aber das hätten ja jene Häuser hier in Kamun. Die Häuser sind alle verkauft. Hier haben wir schon ganz früh alles verkauft, als wo man sah. Darum eigentlich? Keine Ahnung. Die sind eigentlich ausgewandert oder ausgewandert in größere Städte wohnen. Da werden sie verkauft. Und die Städte schauen wir hierher. So ist es. Vor 50 Jahren ernährte die Viehzucht 14 kinderreiche Familien. Heute hat Kamunz noch drei Bauern. Dieser Konzentrationsprozess ging auch in der scheinbaren Lugnezer Bergüdylle nicht ohne Streitigkeiten ab. Der Boden ist begrenzt und die Agrarpolitik fordert immer grössere Betriebe. Es gibt das Sprichwort auf Romanisch. Das heisst, je kleiner das Wespinest ist, desto böser sind Wespen. Ich bin einander. Läuft? Es läuft, ja. Langsam läuft es, ja. Jawohl. Es kommt schon gut. Hören wir dir gut aus miteinander? Wir hören gut miteinander, ja. Und der Kampf um den Boden? Ja, Sepp ... Sepp ist überall dasselbe. Vorjahren gab es hier nur Bauern und am Alpabzug war das ganze Dorf beteiligt. Heute dominieren ein paar Maschinen das Bild. und die Bauern sind eine kleine Minderheit. Und die Bauern sind eine kleine Minderheit. So, lang, hau. Oh, das ist dabei. Oh, ich muss sparen. Oh, das ist ein Stadion neu. Heute herrscht die Tendenz, zwei Betriebe gleichzeitig zu verbinden. Langfristig gesehen ist das sicher nicht gut für die Gesundheit. Ich habe auch rund 30 Hektaren. Mehr will ich gar nicht, sonst schuftet man sich ja noch zu Tode. Letztlich geht es um Lebensqualität und Freude am Beruf. Hat man zu viel zu tun, bleibt gar kein Raum mehr für die Freude. Im Laufe der 1960er, 70er Jahre kamen immer mehr Bauern, die Freude an der Landwirtschaft abhanden. Einer nach dem anderen verliess das Dorf. Ja, die Jungen, die intelligent sind, kriegen eine bessere Stellhütte, eine bessere Existenz, als hier in Kamunz. Und dann haben sie das Dorf geboren. Auch die jungen Frauen wollen nicht wie ihre Mütter leben. Zum ersten Mal in der Geschichte von Kamunz haben sie die Freiheit, über ihre Zukunft selber zu entscheiden. Kamunz gefällt mir als Dorf, aber ich möchte nie hier Bauern. Ich habe einfach nicht die Freude am Bauern. Und ich stelle mir einfach ... Also, Zukunftspläne habe ich nicht, aber ich möchte einfach hier einfach fortgehen. Es trifft zu, dass die Intelligenten, die wandern ab, die erlernen einen Beruf und wandern ab. Aber es sind natürlich auch ganz wenige Intelligente, die da blieben und die Landwirtschaft führen. Aber es sind halt zu wenig, um irgendwie eine Gemeinde lebensfähig zu erhalten. Wir haben vier Kinder und sind alle fort verdammt. Elf Kinder! Und eine ist vor dem Glück. Die anderen sind alle weg. Alle? Mit der Entvölkerung von Kamunz setzt auch der ausverkauf der Häuser ein. Die günstigen Preise ermöglichen auch Familien aus bescheidenen Verhältnissen den Erwerb eines Feriendomizils in den Bergen. Im Oktober 1962 hat der Vater das Haus. Also, die Ruinen gekauft, muss ich sagen. Die Ruinen, also ja. Was hat die gekostet? 5'000 Fr. und die hat er nicht gehabt. Die musste auch bei der Grossmutter betteln. Er hatte drei schulgepflichtige Kinder. Das ist nicht drin gelegen. Ich habe jetzt auf dem Grundbuch am Tag geliebt. Dann bekam er den Kaufvertrag. Und den Kaufpreis? Ist der auch drin? Ja. Wie viel war das? Das waren 25'000. Ja. Es war nicht so ein gutes Weg. Es hatte kein Badzimmer. Das WC weiss ich nicht. Es war nicht isoliert. Also, wir haben viel gemacht am Haus. Es kam dann mal eine Untergangsstimmung. Ein paar Mal kamen die Berichte, dass man den Jungen auch propagiert hat. Gehen runter, etwas lernen gehen. Da oben gibt es keine Arbeit für euch. Gehen, gehen. Das hat man sogar den Jungen gesagt. Es hat keine Perspektiven. Und dann ist die Schule zugegangen. Und dann waren die Berichte auch immer alle so negativer gewesen. So quasi, es ist dann gleich fertig. Als Linus Livers 1991 nach Kamuns zieht, hat man im Dorf seit 14 Jahren keine Geburt mehr verzeichnet. Meine Frau und ich, mit zwei Kindern, kamen im 1991 hier hin. Und zwar hatten wir wirklich das Glück, dass man hier in Kamuns eine Stelle kreiert hat, um eine Familie hinzulocken. Und diese Stelle sah so aus, dass man Posthalter und Kanzlei gemacht hat. Postleiter und Kanzlei gaben dann 100 % Stelle. Meine Frau und ich, wir haben diese Stelle geteilt. Sie machten 40 % Kanzlei und ich 60 % der Posthalter. Als ich hierhin kam, waren wir 44 Leute. Also mit mir, mit meiner Familie, vier Personen, haben wir praktisch 10 % der Bevölkerung gestellt. Und dann haben wir selber aktiv angefangen zu suchen. Wir haben einmal geschaut, ob es Wohnungen gibt, ob es Leute, die Interesse haben, um ins Dorf zu kommen. Und am Schluss sind dann doch noch ein paar Familien dazukommen. Und der Willi Lang hatte Kamuns 15 Kinder. Aber alle halt im gleichen Alter, so wie meine ungefähr. Und das ist dann halt genau das passiert. Die werden älter und fliegen aus. Und wir Alte bleiben zurück. Und jetzt hoffen wir wieder, dass es irgendwie weitergeht, dass es nicht ausstirbt. Auch Cordelia de Rungs war damals gegangen. Die Schülerin, die im Fernsehfilm ihr Dorf so souverän erklärte, hat im Unterland Karriere gemacht. Die ausgebildete Logopädin ist eine gefragte Spezialistin für Autismus. Und das ist so, dass es nicht so gut ist. Es ist wunderschön hier. Wir geniessen es auch. Wir sind auch sehr gerne hier. So schön, wie es hier auch ist. Aber die Berge, die weite, das einfache Leben vielleicht auch. Die Ruhe, nicht so hektisch vielleicht auch. Ja, es zieht uns einfach wieder zurück. Und dann sehen wir, wie es aussieht. Wenn man dann mit der Ruhe auch wirklich umgehen könnte. Vorläufig aber lebt Cordelia de Rungs noch in Oetville an der Limmat, zusammen mit ihrem Mann Daniel Katoumen. Er ist Marketingleiter eines global tätigen Beleuchtungsunternehmens. Teilt Daniel deine Begeisterung auf, dass du siehst? Ja, jetzt schon. Vor ein paar Jahren war es für ihn noch etwas schwierig. Er hatte das Gefühl, dass die Camons so weit weg ist. Das ist so weg vom Schuss und alles. Ja, und dann haben wir noch etwas Zeit gelassen. Und dann, mit den Jahren, hat er gemerkt, wie schön die Camons ist. Wie schön, dass mein Herz schlägt. Und dann hat er gesagt, dass ich so weit bin. Doch, wir bauen das jetzt um. Und das freut mich natürlich riesig, dass wir das machen können. Wie ist das so gegangen? Ja, es ist natürlich immer ein Prozess hinten dran. In jungen Jahren haben wir natürlich anders funktioniert. Aber das ist ja auch normal. Das ist etwas, was wir immer wieder seit Jahren feststellen. Und jetzt denke ich, je längere, je mehr sogar noch. Trotz dieser langen Distanz, die jetzt weg sind von hier oben, beruflich hier unten sind. Jedes Wochenende, jedes Mal, wenn du in die Ferien gehst, du merkst einfach, es schwingt hier etwas mit. Es ist eine Energie, in der man sich wohlfühlt. Es ist die Mentalität, es ist die Kultur, es ist die Landschaft und alles. Und da muss man sagen, die Wurzeln sind hier, die sind spürbar. Also ist etwas rum. Und das ist ja nicht negativ gegenüber dem, was wir hier haben. Aber es ist einfach eine Kraft, in der wir sagen, dass wir uns wohlfühlen. Und darum ist es neu liegend, dass wir diesen Kreis weiterziehen. Auch im Winter bleibt Kamunz mit der Welt verbunden. Aber die Natur wagt sich in der kalten Jahreszeit noch näher ans Dorf. Die Natur wagt sich in der Welt, 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 in der Welt. Die Natur wagt sich in der Welt an, in der Welt, in der Welt, in der Welt, in der Welt. Aber die Natur wagt sich in der Welt. Aber die Natur ist wieder nicht zu, was wir sagen, was wir sehen, ist es v worry. Aber die Natur ist eine große Probleme vom rooten, in der Welt. Und das ist es mein Kommer mit der Welt. Theophil de Rungs ist zufrieden. Er hat einen Pächter für seinen Betrieb gefunden. Sind Sie froh? Ich bin heilfroh, dass wir jemanden gefunden haben. Und gute Nachfolger? Sekontinus. Also, ich meinte, ja. Aus der Gegend? Ja, aus der Gegend, ja. Einmal der Bursche, sie ist vom Unterland, die Freundin. Aber die haben einen anderen Interesse, und den Betrieb, ja. Und wie ist es mit dem Wohnen hier in Tamunz? Das ist eben das Problem. Aber da sind wir jetzt auch dran. Vielleicht, ja. Wir hoffen es mal. Vielleicht was? Eben, dass wir das Haus kriegen, das wir in Sicht haben. Welches ist das denn? Das wäre das Gemeinshaus. Gleich neben Theophil de Rungsheim steht das fragliche Haus. Es gehört der Gemeinde und ist seit Jahren an Unterländergäste vermietet. Nun sollen sie einer Bauernfamilie Platz machen. Da sind jedes, praktisch jetzt, die Zeit, praktisch jedes Wochenende, jemand anders in den Wohnen dienen. Und das wäre eine Familie, die dazukommt. Die wird das ganze Jahr, finde ich, wäre es eigentlich mehr Sinn, so zu verpacken, als, ja. Wem kommt das raus? Also, ja, im Sommer oder so, ja. Hoffe ich. Ah, wie in Ihrer Familie. Ja. Ja. In Tessnaus hat Familie Albin einen sanften Agrotourismus aufgebaut. Wir haben Ihnen dafür, mal schauen, was die Geisse mitmachen. Wir treffen Edith Albin, die vor 30 Jahren aus Deutschland zugewandert ist. Die Gäste werden nicht als Fremde wahrgenommen. Sie sind vielmehr eingeladen, den Bergbauernalltag aus der Nähe kennenzulernen. Und als Unterkunft dient das alte Schulhaus. Ja, da ist sie. Das Scheinchen. Schau, willst du mal etwas geben? Weisst du, wie das kommt vorhin? Lachen. Ja. Es ist jetzt schon das dritte Jahr, in dem wir hier bei Edith und Robert im Schulzimmer unsere Ferien verbringen. Im Winter meistens. Und wir waren auch schon im Sommer da. Und schon an den Ostern. An den Ostern auch. Wir haben uns Ostereien gesucht. Ja. Wir wollen ein bisschen die Welt reinholen in unser kleines Dorf. Und wir suchen wie einen Kulturaustausch, kann man fast sagen. Also wir wollen ein bisschen von unserer Welt mitgeben. Und wir wollen von der Welt voneinander etwas mitbekommen. Und wir haben einen wirklichen regen Austausch. Auch über das, was wir machen. Warum wir das machen. Wie wir das machen. Was unsere Motivationen sind. Und es gibt immer wunderschöne, intensive Gespräche und Erlebnisse. Aber Familie Albin hat Ziele, die über den Agrotourismus hinausgehen. Das ist auch ein großes Adlige, was wir haben. Dass wir da alte Häuser aus der Familie zur Verfügung stellen. Um genau das zu ermöglichen, dass junge Menschen wirklich zu uns ins Dorf kommen. Zum permanenten Wohnen. Also nicht als Zweitwohnsitz, sondern als permanent wundervolle. Joana, Jan und Leander haben im Dorf eine Bleibe gefunden. In einem der Häuser der Familie Albin. Also ich finde es etwas mega Schönes. Viele können draussen ziehen und mit der Natur sie auch so zu spüren. Wir essen, wenn es draussen geht. Unsere Sport, die wir gerne machen. Oder vor allem Jan und ich. Klettern oder Skitouren sind wir auch immer draussen. Das ist so die Neue zu der Natur. Und ja, so schnell können es so weit draussen sein. Also wenn ich alleine gehe und gehe, schnell hier rauf. Dass mir ein Gämsch über den Weg hopselt. Oder wenn ich Wolfsspuren sehe. Oder ein Kadaver von einem Luchz, der es gerade gegessen hat. Also einfach so ein bisschen die... Ja, der Wald ist noch ein Wald. Das finde ich sehr schön. Voila. Vielen Dank. Die Gedanken des Dorfes finde ich sehr schön, dass es eine Gemeinschaft gibt. Und auch eine Gemeinschaft mit verschiedenen Leuten, mit verschiedenen Menschen, die ganz andere Hintergründe haben. Die, die hier geblieben sind, die, die neu dazugehen, die wiederkommen. Und es gibt für mich sehr ein grosses Potenzial, um vielleicht auch ein bisschen in der Gesellschaft vorzuleben, wie es auch funktionieren kann. Dass wir nicht alle einfach auseinander trifft und dass es nicht sonst Stadt, Land, Graben gibt oder den vielleicht einfach ein bisschen zuschütten. Und das finde ich spannend daran. Hier hat sich inzwischen einiges verändert. Der Innenausbau ist soweit fortgeschritten, dass Cordelia de Rungs und ihr Mann einziehen konnten. In den Kaffee. In den Kaffee. Grazie a te. Anziehen. Also was ganz speziell ist, ist auf einmal, ich sage jetzt ganz einfach, auch runterfahren. Weil wenn man jetzt raufkommt, man merkt einfach, man funktioniert ganz anders. Man kocht zusammen, man hat Gäste, man hat Freunde, man geht natürlich Skifahren im Winter natürlich. Und was ich natürlich jetzt auch wieder angefangen habe, in dem Ambiente, in dem mich sehr inspiriert, auch wieder Musik zu machen. Ich habe wieder meine Gitarren entstaubt und fange jetzt auch an, mich in meiner Freizeit diesem Hobby wieder zu widmen. Wir haben eigentlich ganz viele Ideen, etwas zu machen für Familien mit Autismus, je nachdem auch eine Gaststube für die, die mit dem Velo fahren gehen oder die, die wandern gehen oder so. Aber schlussendlich schauen wir, was es daraus gibt. Alles kann man nicht voraus planen, man muss gewisse Sachen auch einfach nicht stehen lassen. Vermieten? Also hier, den Teil obendrauf, würde man sicher nicht vermieten, wenn dann die Wohnung, die im ersten Geschoss ist. Aber das ist auch noch nicht so reif. Es kann sein, dass jemand vielleicht permanent hier wohnt. Wenn ich jenachdem etwas mit den Familien machen würde, wäre das auch so, dass die Familie dort wohnen könnte. Aber ja, das ist noch nicht ganz reif. In den letzten Jahren haben zwei Faktoren die Nachfrage nach altem Baubestand in Berggebieten enorm gesteigert. Die Zweitwohnungsinitiative, welche Neubauten vielerorts verhindert, und die Corona-Pandemie, welche eine veritable Fluchtbewegung Richtung Alpen ausgelöst hat. Die Hauspreise gingen durch die Decke. Tersnaus ist eins der wenigen Dörfer, die noch nicht gänzlich ausverkauft sind. Der Zweitwohnungsanteil ist hier mit 30 Prozent relativ klein. Auf Initiative der WG trifft sich die Einwohnerschaft von Tersnaus zum Gedankenaustausch. Wie soll es weitergehen mit ihrem Dorf? Die Wunschliste benennt das wichtigste Defizit. Wir haben ja auch so lange ein Haus gesucht. Und ich kenne viele, die wollen, in die Berge ziehen, aber es halt einfach nicht bezahlbaren Wohnraum gibt. Also für so junge Leute, die noch nicht ein Haus kaufen wollen, ist es fast unmöglich, irgendwo etwas zu mieten. Also an so einem Ort, das ist halt... Ja, dann muss man halt irgendwie auf Chur in eine Blockwohnung, wenn man in die Berge will. Aber das ist echt nicht das, was ich gesucht habe, oder wo auch Freunde von mir, die jetzt auch würden wollen, so wohnen, die suchen nicht eine Blockwohnung irgendwo in einer Provinz, Städtchen, so. Eine Gruppe junger Leute trifft sich in Tersnaus, um Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Sie haben Fachleute aus der Stadt eingeladen. Die Genossenschaft ist eigentlich für dieses Projekt, also zum Wohnen, eigentlich die Beste. Das hat sich wirklich bestätigt. Man hat ungeheblich viele Möglichkeiten, um an Geld zu kommen. Wenn es um Geld geht, schaut jeder meistens für sich. Das gilt auch für die einheimischen Hausverkäufer. Das merken wir, dass es vielleicht auch anderen schon wichtig ist, dass ein belebbarer Wohnraum noch weiter besteht, auch aus dem Haus, das sie vielleicht verkaufen. Aber wenn sie nachher sehen, dass es einfach jemand, der das als Ferienhaus kauft, das Dreifache zahlt, dann sehen sie, ja gut, was können wir mit diesem Geld machen. Und dann sehen sie, ja gut, das ist so viel. Und dann ist halt doch das Fressen vor der Moral. Das gibt heute schon auch viel Anfangsenergie. Es hat eigentlich noch Häuser. Es hat noch nicht so viel Tourismus, weil wir kein Skilift haben. Und es hat megacoole Leute im Dorf oder auch in den umliegenden Dörfern, die das wirklich auch schätzen, wenn da junge Leute oder eben Leute, die einfach da sind. Es geht gar nicht ums Alter. Aber einfach Leute, die da sein und hier leben wollen und sich hier einbringen. Und ich glaube, da so diese Verankerung dann auch zu spüren, so, ah ja, es wird auch ein bisschen gedreht. Das ist schon noch schön. Und es lässt einem so ein bisschen Hoffnung schöpfen. Aber eben jetzt, heute ist auch so aufgekommen, die Gemeinde eininvolvieren. Das weiss ich jetzt z.B. überhaupt noch nicht, ob die irgendein Interesse haben daran. Daniel Soler ist Präsident der Gemeinde Lunezia. Ihm ist das Problem durchaus bewusst. Je höher der Anteil an meist leer stehenden Zweitwohnungen, desto drückender der Mangel an bezahlbarem Wohnraum für Einheimische. Wir sind jetzt dran, um aktiv, allenfalls Land zu kaufen, von privaten Leuten und das dann so im Baurecht Familien abzukehren. Das wäre ja auch zahlbar für diese Leute. Es könnte ja sein, dass wir allenfalls bauen, selber bauen. Vielleicht gibt es Genossenschaften, die man bilden kann und mit denen zusammen das realisieren und dann für wirklich einheimische, junge Familien zur Verfügung stellen. Für einen guten, zahlbaren Preis. Ich kann noch einen Sie dazu nehmen. Ich kann noch einen Sie dazu nehmen. Ich kann noch einen Sie dazu nehmen. Wird die Gemeinde so eine WG unterstützen? Ich glaube, da müssen wir auch mal wissen, wie haben sie vor, um das zu machen. Wie sollen das aussehen? Und ich glaube, da sind wir mit offenen Ohren. Sie sollen zu uns kommen. Und dann, glaube ich, wenn das ein gutes Konzept hat und gute Ideen, wären wir bereit, auch zu unterstützen, solche Sachen. Das sind bemerkenswert neue Töne. Noch vor wenigen Jahren wäre eine Wohngemeinschaft junger Leute von auswärts wohl auf wenig Verständnis gestossen. Vor zehn Jahren habe ich wirklich gedacht, oh, oder mir, ja, was ist das für ein Ort? Aber was ich jetzt so feststelle, ist, dass die Bevölkerung auch mit dem Wegzug von vielen, mit der Entvölkerung sehr offen wurde gegenüber neuen Menschen, die kommen. Da hätte es wirklich einen Wandel gegeben. Und in der Gesellschaft hat sich einiges verändert, sodass wir gesehen haben, wow, das könnte gleich noch eine Chance haben, das Dorf, und könnte wieder einen Aufschwung bekommen. Und jetzt sieht es so aus, als wenn es das könnte, aber es ist auf der Kippe. Man weiss es nie, es kann in beide Richtungen gehen. Theophil de Rungs hat von der Gemeinde guten Bescheid bekommen. Sein junges Pächterpaar kann ins Haus der Gemeinde einziehen. Die Dorfbevölkerung von Kamuns nimmt zu. Zum letzten Mal bringt er mit seiner Frau die Heuernte ein und erinnert sich. Wenn ich es übernahm, hatten wir vielleicht etwa 10 Hektar, zwei, drei Kühe und ein paar Jungfee und fertig. Dann ist das praktisch von Jahr zu Jahr gewachsen. Du hast hier mit das Land gekriegt, heute hast du wieder mit das Land gekriegt. Auswärts habe ich Land bewirtschaftet. Und danach haben wir dann auch Land gekriegt. Dann haben wir das andere dann zurückgelassen. Früher waren wir ein paar Leute, die Eltern waren noch. Und dann habe ich z.B. mit der Meier gemeint. Und Papa und Mama haben mit der Säge gemeint. Den ganzen Vormittag waren wir noch Meier. Und heutzutage machst du das nicht mehr. Eigentlich sind wir am Tag durch, meistens nur wir zwei. Früher, wenn du aufs Dorf durch bist, hast du ein paar Personen begegnet. Jetzt siehst du meistens keinen Menschen. Und früher, ja, hast du noch ein Gespräch oder zwei im Dorf halten können. Und jetzt, ja, wenn die Fremde rum sind, dann gehen wir schon. Wir haben Gespräche mit den Fremden reinkommen. Aber das Dorfleben im eigentlichen Sinn, unser Leben, das ist ... Das ist vorbei eigentlich. Also wie es früher war, jetzt ist eigentlich nichts mehr. Es ist auch nicht so, dass ihr jetzt ein paar wenigen untereinander grossen Kontakt hättet? Nein, praktisch keinen Kontakt mehr nicht. Du siehst etwa die Vorbeifahrer und sonst. Das ist aber schade, dass das nicht mehr ist. Ferasse, die Frauen in ihrem transformer St dependency. Scham Ludwigsorm Auf dem Friedhof gibts viele Gräber weg. Und ich kannte sie alle, die weggekommen sind. Das ist Wahnsinn. Denn das Dorf stirbt aus. Vorher war das ein Dorf, das lebte. Zwei Beizen. Post, alles hier. Hier war das Lädchen. Am Samstagsmittag und am Samstagmorgen auf. Vorne hatte es fünf Kinder. Hier waren es 13 Kinder. Das ist Wahnsinn. Damals hat es damals von Kindern geredet. Die WG von Tersnaus will u.a. jungen Leuten aus dem Unterland das Probewohnen im Berggebiet ermöglichen. In dem Raum, in dem wir sind, gibt es einen Gemeinschaftsraum. Das Zimmer, das wir drin gelassen haben, ist ein Schlafzimmer. Mit der Idee, dass ein bis zwei Leute mehr in diesem Haus wohnen können. Ja, jetzt ist ein Haus eben gerade weg. Es geht schnell. Ja, gerade das hier unten. Also weg, vielleicht, wir wissen nicht. Aber wir wissen auch, dass es wieder eine Ferienwohnung ist. Es ist wieder ein Wohnraum, der wieder wegkommt. Als ständiger Wohnraum. Es war über eine Million ausgeschrieben. Vor fünf Jahren wäre es ein Viertel davon. Aber mal schauen, wer das ist. Wir kennen sie noch nicht. Vielleicht sind sie super sympathisch. Und ich glaube, schlussendlich müssen wir sicher schauen, die, die jetzt hier sind, auch wenn sie noch in den Ferien sind. Oder ich glaube, wir müssen sie trotzdem willkommen heissen können. Ja. Ich glaube, das Beste daraus machen. Wenn wir jetzt irgendwie dagegen ankämpfen ... Klar ist es ein bisschen Frust, aber vielleicht ist es auch gerade sehr schön. Vielleicht ist es jemand, der sich sehr interessiert für das Leben hier. Oder sich auch einbringt. Und dann kann es auch ein Gewinn für das Dorf sein. Ich glaube, wir müssen das auch ein bisschen so sehen. Nicht immer so starr. Aber nur die, die hier wohnen, sind etwas wert, also für den Meer. Andreas Albin gefällt es in Tessnaus, so wie es ist. Die WG beobachtet er mit Interesse, aber auch mit einer leisen Skepsis. Schon recht, wenn Leute zuziehen. Die machen aber auch nicht viel für die Dorfentwicklung. Sie leben einfach und haben vielleicht nicht die Mittel, eine Familie mit Kindern aufzuziehen. So entwickelt sich das Dorf kaum weiter, wenn nur ein paar wenige kommen. Viel ändert sich meiner Meinung nach nicht. Es sind aber Junge, die kommen. Ja, jung sind sie. So bleiben sie vielleicht im Dorf länger erhalten. Kann sein, dass sie länger bleiben, wenn sie nicht plötzlich wieder verschwinden. Derweil versuchen Jan und Leander, eine alte Maschine zum Leben zu erwecken. Sie bereiten ein Theaterstück vor, in welchem der alte Heuwänder als Perkussionist auftritt. Musik Cool. Ich glaube, ich habe sehr fest das Gefühl, es ist so gut im Moment. Und trotzdem ist mir bewusst, alles verändert sich ja immer. Also, es ist wie ... Ich denke gar nicht so viel an die Zukunft, seit ich hier bin. Ich wohnte in den letzten Jahren oft in der Stadt und dachte so, ich würde so gerne in die Berge gehen. Und immer in der Zukunft, immer ein Haus gesucht, in dem man in den Bergen wohnen kann. Und jetzt bin ich mal da, und jetzt ist es auch mal gut. Ich merke auch für mich, es ist gerade so ... Jetzt bin ich mal da, und ich mache diese Sachen, und ich geniesse es auch. Um nicht schon wieder das Nächste irgendwie zu träumen zu müssen. In Kamuns wird Grossmuthers renoviertes Haus eingeweiht. Also, es freut mich sehr, dass wir alle zusammen sein können. Aber noch mehr freut uns die tolle Arbeit, die ihr geliefert habt. Vielen Dank. Das hat Charakter. Man schläft ... Man spürt das Haus. Das haben alle, sogar die Arbeiter, die hier gearbeitet haben, und die Leute, die rausgekommen sind, haben gesagt, in diesem Haus fühlt man sich einfach wohl. Und das sind 320 Jahre, als das Haus Leben hatte, drin hatte. Und die Auren, die spürt man in jedem Zimmer, von zu oberst bis zu oberst. Und das ist ... Das kann man nicht beschreiben. Das ist wirklich schön. Dieser Backofen lieferte einst das Brot für 30 Hausbewohner. Heute gibt's Pizza. Unsere Generation, und das ist ja typisch, wenn man schaut, die alten Substanzen, die aufkauft und umbaut werden, das sind natürlich Leute, die die Kinder schon erwachsen sind, die nicht die Familie hier rauf bringen. Demzufolge gibt's natürlich auch daraus keine Schule und solche Strukturen. Und auf der anderen Seite hat man natürlich junge Generationen, junge Familien, die, wenn die da ankommen wollen, finden sie gar keine Möglichkeit zum Wohnen, sei das z.T. das Miet oder auch das Kaufen. Und das wären ja die, die dann Kinder hätten, damit die Schulen belebt werden. Also es ist eigentlich ja durch einen Widerspruch, so zwei Polen, die sich irgendwie im Weg stehen. Und das ist eine sehr grosse Frage, die politisch-wirtschaftlich gelöst werden muss, die wir jetzt nicht etwas dazu beitragen können. Aber das muss eigentlich irgendetwas passieren. Bei uns geht's auch darum. Unser letzter Besuch führt uns ans Kulturfestival Boatsch, das die WG von Tessnaus zusammen mit vielen Freiwilligen von auswärts seit 2018 organisiert. Das kulinarische Angebot ist vegan. Die Preise sind nicht bindend. Es geht darum, dass alle so viel geben, wie sie wollen. dass man nicht davon ausgeht, dass alle gleich viel Geld haben. Dass es zugänglich ist. Es geht mega fest um das, dass alle kommen, die wollen, auch die, die gar kein Geld haben, kommen. Das ist auch okay. Den Linken geben wir schon. Dann verbindet er auch die Hoffnung, dass vielleicht der eine oder andere sagt, sie kommen jetzt auf das Haus? Ich glaube, Hoffnung nicht unbedingt, aber schlussendlich sind die, die es schon vor drei Jahren organisiert haben, auch die, die zum Teil hier wohnen. Ich glaube, es gibt dem Ort ein anderes Gefühl oder eine andere Perspektive, dass das hier möglich ist. Das denke ich schon. Es ist wie ein Teil des ganzen Projekts für mich ausgesehen. Musik ist nicht so meins. Diese Art Musik sowieso nicht. Aber finden Sie gut, haben Sie es organisiert? Ich brauche das nicht. Es ist eher was für die Kollegen der WG aus dem Unterland. Von mir aus könnten sie das auch woanders machen. Es schadet aber sicher nicht. Einigen Einheimischen gefällt es vielleicht. Wer will, kann ja hingehen und sich das Ganze anschauen und geniessen. Es ist eine riesige Freude. Sie überzügelt mich wirklich mit dem Herzblut, mit dem sie bei der Sache sind. Und dem Gemeinschaftssinn, v.a. Gemeinschaftsgeist. Und was die auf die Beine stellen, ist großartig. Ob das denn blieb, wissen wir nicht. Aber dass ein neuer Schwung rum ist und dass da etwas Neues entstehen kann, das zeigt das Festival. Und wir sind da sehr offen und sehr hoffnungsfroh auch. Die rege Beteiligung aus dem Unterland weckt Hoffnungen. Wird es Joana, Jan und Leander gelingen, auf Dauer neues Leben nach Tessnaus zu bringen? In Kamuns wird sich in den nächsten Jahren wohl nicht viel ändern. Das Dorf ist ausverkauft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017